Der Kochlöffel Der Kochlöffel In der Küche verschwinden immer öfter viele Kochlöffel und Töpfe. Die Köche sind ratlos und suchen die Löffel und Töpfe überall. Wer löst dieses Rätsel? Auf dem völlig öligen Boden liegen sie nicht. Auch in den hintersten Löchern der Küche sind sie nicht. Kochen ohne Kochlöffel und Töpfe ist nicht möglich, doch aufgeben wollen sie nicht. Die Möwe höhnt, ihr seid echt blöd, schaut doch mal in dem Körbchen da. Und wie war, da sind sie ja, die Kochlöffel und Töpfe sind wieder da. Und wie war, da sind sie ja, die Kochlöffel und Töpfe sind wieder da. Und wie war, da sind sie ja, die Kochlöffel und Töpfe sind wieder da.